Tims Vermeer heißt der Film, könnte aber auch heißen, wie hat der Kerl das bloß gemacht? Acht Jahre hat Tim Jenison, ein Bastler und Erfinder aus Texas, mit Jan Vermeer zugebracht, dem Meister aus den Niederlanden des 17. Jahrhunderts, berühmtestes Bild, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Diese Farben, dieser 3D-Effekt von Licht und Schatten, der malt ja wie mit einer Videokamera, sagte er sich. Da muss doch ein Trick dabei sein. Seit mehr als 100 Jahren wird darüber diskutiert, ob wer mehr Hilfsmittel wie die Kamera Obscura benutzt hat. Die preisgekrönten Illusionisten Penn & Teller haben aus Tim Jenisons Suche einen Dokumentarfilm gemacht. Ich mag gern herauskriegen, wie Tricks funktionieren. Wenn man nur das Ergebnis sieht, die Illusion, dann ist das doch nur der halbe Spaß. Und dieser Film nähert sich der Antwort auf die Frage, wie hat der Kerl das bloß gemacht? Nun, wenn meine Theorie stimmt und sie hat ja wirklich gut funktioniert, dann bedeutet das, Vermeer war eine Art Außenseiter als Künstler, ein Technikfreak, sowas wie ein Erfinder. Wir wissen ja auch, dass er sehr, sehr hart gearbeitet hat, wirklich hart. Jedes Bild dauerte sechs Monate, er hatte also eine sehr langsame Technik, aber das Ergebnis war perfekt. Die Spurensuche ging so weit, dass Jenison Vermeers Atelier nachbaute. Der britische Maler David Huckney, selber berühmt, findet das Ergebnis plausibel. Ich meine, das ist die Methode, die er tatsächlich benutzt hat. Faszinierend, absolut faszinierend, und das im Jahr 1660. Wie der Kerl das bloß gemacht hat? Das Mädchen mit dem Perlenohrring kennt das Geheimnis.